Community-Impuls-Initiative Wenn sich Eltern, Künstlerinnen und Künstler und Medienschaffende zusammentun, dann klingt das nach einer guten Sache. In der Community-Impuls-Initiative, CII, wollen seit 2005 Eltern, Künstlerinnen und Künstler sowie Medienschaffende das Quartier um den Camisso-Platz in Kreuzberg gemeinsam mit den hier wohnenden Menschen als einen lebendigen Wohn- und Lebensort kreativ gestalten. Halina hat für diese Initiative gespendet. Das half, in der Marainicke-Halle rund 140 Fotografien von Wolfgang Krohler auszustellen.